Sprechen wir mit Leontine von Schmetto, Adelsexpertin, Frau von Schmetto, bevor wir nach vorne schauen auf die nächsten Tage, auch was das Ganze nun für König Charles III. bedeutet. Was weiß man, was wissen Sie über die letzten Tage der Queen auf Schloss Belmoral? Es wurde ja schon in dem Beitrag angedeutet, dass sie eigentlich ganz normal ihrer Pflicht nachgegangen ist. Bis noch vor zwei Tagen hat sie die neue Premierministerin mit der Regierungsbildung beauftragt, hat den scheidenden Premierminister empfangen, Boris Johnson, und noch einen Orden verliehen. Vielleicht war das alles zusammen auch zu viel für diese Königin, denn wir erfuhren am Mittwoch, dass alle anderen Termine abgesagt werden mussten. Und dann kam ja Donnerstagvormittag schon das erste Signal, dass man sich offensichtlich ernsthaft Sorgen machen musste. Und die Familie begann nach und nach, nach Belmoral zu reisen. Wirklich an ihrer Seite in der Stunde des Todes ist offensichtlich nur Prinz Charles, der älteste Sohn gewesen, und die Tochter Prinzessin Anne. Es sieht wohl so aus, dass die anderen beiden Kinder, Edward und Andrew, es nicht rechtzeitig geschafft haben, aus London nach Belmoral zu kommen. Und auch Prinz William, wie auch Harry, der sich ja auch auf den Weg gemacht hat, Prinz Harry, der zu dieser Zeit gerade in London weilte, ist wohl offensichtlich erst nach dem Eintreten des Todes in der schottischen Sommerresidenz eingetroffen. Jetzt folgt das Königshaus einem ganz genauen Protokoll. Wie sieht das aus? Ja, wir werden heute erleben, dass Prinz Charles nach London zurückkehrt. Er wird dort die Premierministerin treffen. Sie werden sich über die Pläne für das Begräbnis beugen. Für die nächsten zehn Tage im Grunde wird genau festgelegt, was an welchem Tag passieren wird. Und das wird von dem neuen König, König Charles, abgesegnet werden. Er wird sich heute Abend in einer Rede an die Nation wenden, vermutlich 19 Uhr deutscher Zeit, 18 Uhr britischer Zeit. Und die eigentliche Proklamation zum König, davon gehen wir aus, wird morgen stattfinden, da wird er ein Eid ablegen und da wird dann die Nationalhymne gespielt. Erstmalig nicht Gott save the Queen, sondern Gott save the King. Sehr ungewöhnlich für uns alle, nach 70 Jahren diesen veränderten Text zu hören und nicht mehr die Queen zu sehen. Und dann geht es so weiter, dass vermutlich die Königin am Sonntag überführt wird nach London in den Buckingham Palace. Am Mittwoch von dort aus in einer feierlichen Prozedur zur Westminster Hall. Und wir gehen davon aus, dass die Beerdigung selber am Montag, den 19. September, stattfindet. Es ist wohl noch im Gespräch, eventuell auch der Sonntag, aber die Zeichen mehren sich, dass die Beerdigung selber am Montag sein wird. Also morgen sehr wahrscheinlich zunächst erstmal die Proklamation von Charles III. Lassen Sie uns nochmal auf die anderen Familienmitglieder schauen. Die erhalten neue Titel, auch neue Befugnisse, Fragezeichen. Was ist mit Camilla? Sie ist dann jetzt Königsgemahlin. Was ist mit William und seiner Frau Kate? Ich habe gelesen, auch die bekommen neue Titel. Was hat es damit auf sich? Ja, also der König gibt sozusagen seine Titel weiter an den nächsten Thronfolger. Aus Prinz William wird jetzt der Thronfolger in erster Linie und nicht mehr in zweiter Linie. Und er wird dann der Duke of Cornwall and Cambridge sein. Cornwall war ja bisher immer der Titel von Prinz Charles. Und wir werden sehen, ob er dann auch den Titel eines Prinzen of Wales trägt und seine Frau Kate die Prinzessin of Wales sein wird. Ich glaube, das steht noch nicht fest. Und er wird natürlich sehr viel mehr Aufgaben noch übernehmen müssen, dadurch, dass er von der zweiten Reihe sozusagen an die Seite des Vaters gerückt ist. Und wird wahrscheinlich auch sehr viel präsenter sein als in der Vergangenheit. Insofern hat sich die Aufgabenverteilung wie auch die Thronfolge als solche verändert. Welche Akzente erwarten Sie von der Regentschaft Charles III.? Wird es einen Stilwechsel geben im Vergleich zu seiner Mutter, Queen Elizabeth? Ich glaube nicht, dass wir große Überraschungen erleben, weil wir haben jetzt einen König, der im Grunde im Rentenalter sein Amt antritt. Niemand hat so lange auf das Amt warten müssen, auf diese Rolle wie er. Niemand. In Großbritannien war allerdings so gut vorbereitet, wie es König Charles III. ist. Und ich glaube, er wird einiges anders machen. Was das wichtigste Anzeichen wird sein, dass er die königliche Familie reduziert auf ganz wenige Mitglieder, die tatsächlich offizielle Ämter haben. Das wird er selber mit seiner Frau Camilla sein, William und Kate und die Kinder. Aber ich glaube, viele Familienmitglieder, die man sonst auf dem Balkon des Buckingham-Palastes zu großen Anlässen gesehen hat, wird man da nicht mehr sehen. Also es wird eine Verschlankung stattfinden. Und er wird natürlich einen ganz anderen Stil leben. Denn wir wissen, Prinz Charles ist meinungsstark. Er wird sich zwar in Zukunft sicher zurückhalten, aber wir kennen seine Position, das haben wir von der Königin nie gewusst. Sie war absolut neutral. Es ist abzuwarten, ob er sich jetzt sehr zurückhalten wird oder ob er sich weiter positioniert. Auf jeden Fall, denke ich, wird er verstärkt wichtige, zeitgemäße Themen annehmen. Denn das hat ihn ja auch bisher ausgezeichnet. Und dazu wird wahrscheinlich mutmaßlich auch der Umweltschutz gehören. Wir wissen, dass er ein engagierter Umweltschützer ist. Lassen Sie uns noch einmal auf die königliche Familie zu sprechen kommen, die er mutmaßlich reduzieren möchte, vielleicht auch etwas anpassen möchte an andere europäischen Königsfamilien. Es gab viel Zwist in dieser Königsfamilie. Es gibt viele kritische Charaktere. Prinz Andrew ist nur einer. Es gab den Streit um Harry und Meghan, die sich dann losgesagt haben vom Königshaus. Wie zerrüttet ist die königliche Familie hinter der Fassade? Ja, das wissen wir alle natürlich nicht, weil wir nicht wirklich hinter die Fassade schauen, wie eigentlich die private königliche Familie aussieht. Aber ich gehe davon aus, dass Prinz Andrew innerhalb der Familie einen schweren Stand hat, weil natürlich auch der ältere Bruder Charles sieht, was er der Monarchie als Institution antut, wie sehr er eben auch dem Image des Königshauses geschadet hat. Und das kann ein König natürlich nicht gut finden, genauso wenig, wie das die Queen gut gefunden hat, obwohl es der eigene Sohn war. Ich glaube übrigens, dass die Queen alles noch versucht hat, um in ihren letzten Monaten, insbesondere die beiden Brüder, William und Harry, wieder zusammenzuführen. Denn sie war es, die darauf bestanden hat, dass Harry aus Kalifornien zusammen mit seiner Frau Meghan zum Thronjubiläum kommt. Und sie hat sicher sich gewünscht oder zumindest erhofft, dass die beiden Brüder zu einem ersten Gespräch zusammenfinden und dass vielleicht erste Brücken gebaut werden. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich stattgefunden hat. Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube, es wird auch viel Zeit brauchen, damit die beiden wieder zusammenfinden. Also insofern, es gibt, glaube ich, sehr viele Baustellen in dieser Familie noch. Und man kann nur wünschen, dass sie jetzt in der Trauer sich vereinen und dass sie jetzt sozusagen nur auf eines gucken, auf die Queen, die würdevoll zu Grabe getragen wird in zehn Tagen. Und dass vielleicht auch das die Familienmitglieder wieder vereint. Ja, und Frau von Schmetto, zum Abschluss vielleicht noch einmal ihr, in ihren Worten, das Vermächtnis von Queen Elizabeth II. Ja, man muss sagen, eine Frau, die 70 Jahre auf dem Thron gesessen hat, ist natürlich eine Ikone. Sie war eine lebenslange Konstante, die immer schon da war, als wir auf die Welt kamen, großteils. Und die sich so ausgezeichnet hat, durch diese Standhaftigkeit, in allen, auch in stürmischen Zeiten, mit einer unvergesslichen und wirklich unglaublichen Hingabe an das Amt. Also dieses Pflichtbewusstsein, dieses Pflichtbewusstsein haben wir bisher bei einem Monarch in Großbritannien so nie gesehen. Und ich glaube, die Briten respektieren das nicht nur, sondern sie, und das haben wir auch an den Bildern gesehen, sind ihr in großer Zuneigung zugewandt. Und insofern ist die Trauer und der Schock, den wir jetzt erleben in Großbritannien, besonders groß. Ich danke sehr herzlich für diese Einordnung, diese Hintergründe. Leontine von Schmetto, Adelsexpertin. Dankeschön. Sehr gerne.